Jojojo und damit willkommen zu einer weiteren folge CSGO Wettrüsten. Letztes Mal hatten wir ja das Glück und sind bis zum goldenen Messer gekommen. Vielleicht schaffen wir das diesmal auch wieder. Das wäre nice. Hab ich da reingehört, oder? Ah! Mist, zu langsam. Komm, gib mir den. Super. Na, sauber. Hier mache ich schon mal auf. Schlecht. Den haben wir auch nicht gekriegt. Jetzt aber. Zu spät. Das muss schneller werden. Oh Mann! Wo schieß ich hin? Komm, mit der Bison kann ich gar nichts. Mit der K auch nicht. Guck mal, war das von da? Da. So, wunderbar. Wenigens etwas. Ne, 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 Freundchen. Ganz so einfach machen, was wir nicht. Jo, komm her, Junge. Ein hätte ich gerne noch bekommen. Kann ich alles haben. Jo, alter Digga, was geht? Geh, was fehlt. Nee. Kann ich auch. Kann ich auch, Junge. Ha! Hm, das ging jetzt wieder schnell. Hätten wir auch messern können. Was? Geht ihr nicht rein, Digga? Was mache ich hier? Okay. Das war gut. Na ja, gut war es nicht, aber. Oh! Komm, der guckt dir bestimmt gleich. Ja, Gott sei Dank. Oh, noch einer. Shit. Zu spät. Da ist er. Ist er hier rumgelaufen? Ja, zwei Stück. Yeah. Das ist immer top. Wenn so mit der Schrotze läuft, dann ist top. Oh, yeah. Oh, viel zu weit rechts war das gerade eben. Alter Schwede. Der haut ganz schön durch, ja. Ey, das war doch mal einer. Hier. Einfach mal versuchen durch den Stein. Hm. Der letzte Volt jetzt nicht so. Aber den hat er schon. Schade. Wo war der? Wo war der? Oder so, ne? Oder da. So, was machen wir mit der Scheiße hier? Oh! Mist. Auch nicht gut. Was ist denn los? Zack. Naja, besser geworden sind wir anscheinend immer noch nicht. Aber in der kurzen Zeit. Kommt der hoch? Mist. Ah, shit. Ich wusste es. Als ich den schon gesehen habe, wusste ich, ich bin tot. gut. Ich hasse dieses dicke Mg. Drei stück. Einen haben wir. Komm. Geht doch einer wegen rein da. Gut. Oh shit. Ist okay. Was war das denn für einen Fehler? So, als ist es wenn ich gar nicht drauf war. Mist, ich hab gedacht, jetzt mal mal durchlaufen. Aber ist okay. Ich meine, wir führen sogar noch. Shit. Fast. Naja, komm. Oh, schnell, 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 schnell. Der ist ein bisschen zu früh reingekommen. Ich treffe immer auf zwei. Kann das nein oder ist das so? Hm. Komm ey. Jetzt brauchen wir nur einen. Dann haben wir schon das Gold, ne? War doch einer. Alte Schwede. Yo. Was ist los? Muss ich verarschen oder was? Gib mir doch noch einen Kill hier. Oh. Oh. Yes. Gut. Und wieder in die Ecke? Nein, hier hin. Ich hab doch einen gesehen. Shit. Und nochmal. Okay. Nochmal einen. Das war aber auch ziemlich dumm, ey. Oh, hier stehen so viele auf dem Haufen. Das war noch ganz gut. Komm, den einen noch. Der war über mir, ne? Das war dann weg. He- 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 he Weh- he- 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 he. ist das sein ernst wenn ich würde ich jetzt nicht gemessert der hatte glaube ich das können immer wieder hoch da müsste er eigentlich dann vielleicht hier sind wo sind wir mit seinem messer ja komm weg weg jetzt kannst du mich auch schon wieder nicht schade okay trotzdem noch positiv ist okay als letztes ziemlich was eingefangen aber ist okay ich bin wieder zufrieden ich habe euch hat es auch gefallen und würde sagen dann fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss